Campfire mit Essen drinnen für euch. Hier, Misch. Also dann bin ich mal kurz zu Hause, mich entledigen. Ja, beeil dich, weil ich muss dann auch mal nach Hause. Ja. Komm jetzt mal vor und bringe. Dann zeig mir das mal, bitte, wie das macht. Der Nico steht die ganze Zeit hier nur bei dem Vieh rum. Was? Ja, muss er ja, das ist... Ja. Ja. So. Oh, ich bin verpackt, ich bin verpackt, ich hänge. Ja, dann füge ich wieder auf den... Geht wieder drauf. Geht nicht. Okay, Moment. Muss erst der nackte Mann kommen und sprechen. Mach mit dem nackten Mann, Janine, ist klar. So. Bitte. Einfach mit der linken Taste. Warte mal, guck gerade mal. Mach doch nicht. Ähm, nimm mal, nimm mal den anderen, die anderen sieht man auch nicht gerade, nimm mal Hansel und dann gehst du mal hier auf diese, auf die Farm, die du normalerweise pflückst, die Pflanzen und dann drückst du mal die linke Maustaste und ich bring den hinten mal schnell, ganz schnell das Narkose-Zeug. Ansonsten... So, jetzt mach ich ja weiter mit der Dicke hier. 16 Narkose-Mittelaktiv sind kaum unterwegs. Hansel, hat er irgendwas? Hat er denn? Irgendwas mit dem Magen oder so, keine Ahnung. Magen? Hat er da mal Essen drin? Jetzt ist er gestorben. Was? Der ist umgefallen. Aber bist du jetzt nonstop mit dem gerannt, kann das sein? Nein. Nee, ich bin dann mit dem anderen gekommen. Der stand die ganze Zeit bei uns im Haus. Ich bin nur aufgestiegen und bin einfach gelaufen. Ganz, ganz normal, mit weh. Guck mal, ob der da Essen so hat. Er sollte aber, weil ich ja gerade mit dem gefahnt habe. Boah, fünf Minuten. Der ist unmächtig. Ja, ja, okay. Ja, dann seid ihr zu viel gerannt wahrscheinlich. Ja. Aber nochmal... Der hat noch genug zu essen drinne. Ihr seid zu viel gerannt mit dem. Ja, dann bleibt er jetzt nochmal liegen. Das weiß ich mal gesund habe. Bleibt er da jetzt liegen, bis er sich auf... Normalerweise füllt sich aber das Ding sofort wieder auf. Nein, nein, das dauert. Ich hab zu viel Gras einstecken. Das wird jetzt richtig dauern. Und nicht nur bei 50% steht er wieder auf, sondern ihr müsst, bis er ganz unten ist. Aber ich hab's vorhin gesagt, dass keiner mit dem Rennen soll, bis er die Ausdauer ganz unten ist. Aber der hier, der von der Marco, der, 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 wenn der läuft, dann geht die Stamina runter. Jetzt ist die quasi... Und wenn er stehen bleibt... Guck ich's ein bisschen nicht nochmal aus. Nein, nein, ich hab's jetzt... Müssen wir ja, ansonsten muss ja nicht, wie es funktioniert. So, aber der für die... Okay, das hier ist einer, der läuft schneller. Okay, cool. Ja, der Raum geht. Es gilt bei den Tieren erstmal die Stamina. Ja. Macht ja nix. Da schläft er jetzt und es lange noch was zu fressen hat, ist alles gut. Low Level, allesamt, genau. Warum hat Hänsel denn hier bitte, äh... Holz dran? Weil er ich mit dem gefarmt hatte. Ah. Hier ist ja noch Fiber drin. Mit dem Tizerazus kriegst du mehr Fiberhaus, mit dem Mammut kriegst du zum Beispiel mehr Holz raus. Ja. Narco Berries hab ich da rausgekriegt. Aber ein Mammut, das ist echt. Das Farmingmonster hoch 10. Warte mal, machen wir das mal, packen wir das Vieh mal hier zusammen. Damit kannst du Bäume fällen, damit kannst du Bären sammeln. Hammer, das Vieh. Eine Eilzweckwaffe. Ich hab noch nicht ausprobiert, ob man um Steine fahren kann. Ich denke, die weißen Bären sind nicht so gut. Die weißen Bären nehm ich auch wieder raus, so. Ja, fürs Thamen, fürs Thamen sind die nicht gut, aber so kannst du ja... Später sind die, genau, später sind die gut. Da frisst das Vieh einfach alles. Okay. Ich hab hier eh keine Wasseranzeige. Also der hat jetzt 200, 300, 400, 500, 600, 700, 780 Bären hat der drin, das sollte vorbei hin. Ich mach jetzt mal den Mörser weg, ne? Ich werd jetzt hier den Boden raushauen. Ja, ja. Guck mal, was da drin ist in den Mörser. Hab ich rausgeholt. Okay, super. So, dann hau ich den anderen Mörser, den wir hier noch haben, hau ich dann wieder da in die Ecke rein. Oder, beziehungsweise, mach das nicht, weil dann können wir nämlich die Kochstelle mit einbauen ins Haus. Okay, wo soll ich den hier hinten in die Ecke tun? Hier? Ich dachte mir eigentlich, dass wir vielleicht hier, auf diese Seite, die hohen Schränke hinmachen können. Als Lagerraum. Das müsstest du mal ausprobieren. Wollen wir mal einen hinstellen? Ja, kannst du machen. Wie gesagt, ich mach drauf, dass ich die Leiter craften kann, weil damit ich oben weitermachen kann. Ich kann jetzt oben erstmal nichts machen halt, ne? Okay. Aber ich stell mal einen Schrank hin und gucke, wie das wird, ob da noch genug Platz ist, weil dann können wir den Raum, ansonsten können wir das hier nicht gebrauchen, machen wir den Raum als Lagerraum. Ja, das geht. Ich sag mal, wie weit ich den nach hinten kriege. Oh, das sieht doch gut aus, sehr gut. Würde ich kurz sagen. Dann machen wir hier Lagerstätte. Ja, genau. Dann packen wir da die ganzen, hier machen wir die ganzen Bauwerkzeuge, also Baumaterialien rein. Also ich habe jetzt eine leere Kiste noch einsteckt. Ich werde die hinstellen, dann könnten wir Stück für Stück die Kiste hier leer machen und die Holz austauschen. Ja, wir wollten eigentlich direkt die große Schränke hier hinstellen, weißt du? Achso, ihr wollt noch keine Kiste. Ähm, alternativ, ähm, werden die Kisten, gehen die Kisten kaputt, wenn die Dinos drüber latschen? Äh, weiß ich gar nicht. Ähm, kannst du die Kiste mal unten an die Farm stellen auf die Plattform? Ja. Und dann testen wir das nämlich mal, weil dann können wir nämlich in die Kiste unten bei der Farm die ganzen, ganzen, das ganze Saatgut reintun. Das brauchen wir, da brauchen wir ja keine große Kiste zu. Dann haue ich mal hier in die Holzkiste. Ja. Dann haue ich mal den Mösser und alles, was im Mösser drin war, rein. Ja, dann kümmere ich mich jetzt weiter um, ähm, upgraden, genau. Upgraden, so weiter, damit ich die Leiter endlich bauen kann, weißt du? Ja, machst du. Aua. So, und ich, ich denke so, alternativ, wir lassen einfach, die Kochstelle kann ja hier so sein. Und den Mösser machen wir einfach auf diese tiefere, auf diese tiefere Plattform. Dann ist die Sache sehr schön. Okay, warte mal, ich mache mal die Kisten leer, damit du anfangen kannst. Schau mal. Ja, irgendwo auf diese Plattform da ist. Saatgut, Saatgut, Saatgut. Ich haue mal hinten in den Schrank meine restlichen Holzbauteile erstmal rein, ja? Ja, ja, mach mal. Ich packe da auch ein paar Sachen noch mit rein. Dann machen wir mal Kisten leer. Ja, dann gehe ich mich jetzt auf jeden Fall schnell upgraden, sodass ich endlich die scheiß Leiter bauen kann. Ja. Damit wir endlich oben weitermachen können. Hin. Wölten. Rein tun. Oder rein tun. Fortis. Blueprint Burning Forge, okay. Was sagst du? Ja, Gunpowder. Barkpowder. Das ist wie so eine Art Schwarzpulver. Ähm, Romeo hat die beiden linken Kisten sind beide leer, aber checkt nochmal. Oh, ich glaube, da ist nichts drin, ne? Ja, dann könnte ich da gleich die erste, ähm... Hygiener-Verkehr. So, da gleich den Boden machen. Und wer hat denn den großen Stand gebaut? Warst du das? Nee, den haben wir, glaube ich, gefunden, in irgendeinem, äh... Okay, cool. Airbrush, oh, der war... Okay. Das hätten wir nämlich noch einen zweiten bauen können. Aber das ist ja kein... Vorverwenden. Hansel ist zur Hälfte wieder gesund. Ja, okay, cool. Oh, der hat nur gepennt. Das Problem ist... Nein, der ist nicht noch. Oder warum eigentlich nicht? Ihr müsst, wenn ihr mit den Tieren reitet, nicht die ganze Zeit auf dem Dauerspeed reiten. Und ihr müsst zusehen, dass ihr aufhört, ähm, zu schlagen, beziehungsweise zu farmen, wenn ihr seht, die Ausdauers ist ganz ruhig. Das ist ganz wichtig, das kippt ja immer, immer wieder um. Jo. Okay, ähm, wo ist denn... Wo packen wir denn die... Wunderschöne geworden, der. Bin. Ähm. Soll ich den Mörser und den Dings mal hinter die Tür machen? Ja, wo ich dieses Fieber reingehauen? Versuche mir gerade mal zu überlegen, wo wir den hinpacken, dass der quasi auf sich im Weg steht. Ähm, willst du da, wo jetzt diese kleinen Kisten stehen? Willst du da auch noch Trinken tun? Ja, ich denke mal schon. Also ich denke mal, wir machen hier unten unser Lager und oben machen wir dann alle Sachen rein, die wir dann nicht so brauchen. Da können wir ein paar kleine Kisten hin tun, so mit so persönlichen... mit persönlichen Sachen oder mit Sätteln oder irgendwie sowas. Ja, dann hauen wir den wieder hinter die Tür, da wo er vorher war. Okay, dann füge ich ihn da hin. Machen wir den da hin. Liegt. Das ist ungetausend. Mal. Sag mal. Nur sechs, sechs Narkotika sind da schon wieder unterwegs, werden da gerade proziert. Also Narkotika sammelt sich dann nicht um an. Hm, das tut gut. Je mehr wir haben, desto besser tust. Das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, er hält nicht immer zu den Narko-Berry. Nee, genau. Kann dir übrigens dann direkt wieder 32 mitgeben. Gut. Beziehungsweise 33, wenn die eine jetzt nicht auf dem Weg vergammelt. Als Level habe ich denn jetzt Level 14. Noch ein Level, dann kann ich die Leitern craften. Das ist da ein Beweis für meine Skill-Punkte. Übrigens kann ich jetzt eine Skorpion-Sattel machen. Das ist da ein... Was? ...ein, äh... ...Barkart, äh, Karbonik, also diese Kompatil-Punkte. Aha! Was haben wir ausgesprochen? Ich bin hier so zu schnell die Level-Punkte. Ja, durch die ganze Zeit Bäume fällen. Ja, Lücken, alles in Lücken, die wir machen. Ein bisschen was drauf ist, der was dann dazu. Wenn du von alleine ein paar XP bekommst. Und dann Pfeile. Pfeile sind mir so viel kackt wie die XP. Ja, ich weiß nicht, wie die gebaut werden. Braucht man denn vier Pfeile? Holz und Flint. Pfeile, Text hat Level 15, glaube ich. Boah, ich bin erst 11. Ich bin Level 10. Ja, das ist ja, glaube ich, ein Teil. Ja, guck mal, komm mal, du bist gestorben, bist du da, bis später Level 10. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ich, nee, nee, ich brauch keine Beeren, ich will dir Beeren rein tun. Ähm, weil ich hab nämlich diese paar Beeren über. Die können weg, die können weg, die können weg. Sehr schön, okay. Ganz weiter. Ähm, wir brauchen nochmal so einen davon, äh, Andi. Was? Noch einen, so einen Dino. Okay. Wer, welches Geschlecht hat, der? Äh, männlich. Ähm, männlich. Ja. Männlich. Geben wir das Gegenteil. Ganz wichtig. Ich bin mal am überlegen, was er hier hat. Siehst du das, bevor wir den König hin? Ja, man sieht das, äh, halt, dann steht der Wild Female Star. Ich guck mal gerade, was hier. Ich glaube, ich habe momentan nur eins, eins hier, außerhalb von der Brutmutter, das kein Geschlecht hat. Brutmutter, die brauchen wir jetzt heute noch nicht, heute noch nicht kennenlernen. Und dann lassen wir erst der D-Rack in den Dino haben. Okay. Dann ist das easy going. Wir spinnen hier oben noch die Bäume klatschen. Kann man auch mit den Dinos schwimmen, oder ist das easy? Ja, aber das Problem ist halt... Wollt nicht mal auf die andere Seite, da ist das. Wollt nicht eigentlich durchlaufen. Foundation, Foundation. Okay, zwei davon. So ein paar Wände. War einer Koldeck nicht auf dem Weg? Ja, sind schon in den Dinos liegen drin, ne? Danke, das kommt hier mal. Und die Kiste, da unten ist die Kiste, sehr schön. Aber was, ich bin noch mit dem anderen, ich bin noch mit dem, mit dem, ähm, Geschwindigkeits... ... bin nicht da hingeritten und wieder zurück. So, passt doch auf. Ich darf. So, da hast recht. So, unsere Farm geht auch langsam schön weiter. Mal gucken, was hier ist, was ist denn hier? 39.000, 27.000, 16.000, 38.000. Motor, okay. Okay, Wasser. Wir haben die, äh, Dinosaurier-Models aber komplett überarbeitet. Kann das sein, teilweise? Ich glaube schon. Weil die Triceratoren, die sehen so unterschiedlich aus und so richtig geil mittlerweile. Ich glaube, die haben da ordentlich was gemacht im Hintergrund. Äh, das ist nicht wirklich viel gesehen, das war der rote Dinosaurier. Ja. Der fliegt noch irgendwo hier rum. Aber der neue Dinosaurier war auch kein, oder? Nein, ich meine, den, den wir gesehen hatten. Oh, yeah, der war geil. Oh, yeah, der war geil. Oh, yeah, der war geil. Oh, ja, der war richtig rot. Achs wieder reparieren. Also, so ein Tier würde ich echt feiern. Oh, ja, der war die falsche Farbe, war die falsche Farbe. Nein, ich will nicht auch sonst K.O. hauen. Da wird alle Bäume weg, krass. Und außerdem haben wir dann ein kleines, schönes Repair, was uns die ganzen bösen Viecher rumleinfällt. Ja, wie gesagt, wenn du mit dem farmen gehst, auch Fleisch und so weiter, du kannst dich damit dusselig klatschen. Wenn Ablevel 15... Ja, ich schieb einmal mit einem Pfeil auf und der haut er weg. Dann hier drüben auf der anderen Seite ist eine, ist eine weiblicher, ist ein weiblicher Marco. Weiblicher Marco? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, das brauch ich aber in der Kursie. Ähm, sechs Stück sind im Feuer, sechs, sechs Stück sind im Mörser drinne. Dann dürfte fast schon reichen. Ja. Boah, der hier ist so schrocken. Okay, er ist am unten ausgetauscht. Und, gehen die Dinger kaputt? Ja, die Kisten fallen mit runter, also... Sind die dann unten, oder was? Nö, die sind kaputt dann. Nö, die sind immer unten. Wie, die sind auch unten. Nö, hier sind keine Kisten. Das ist ein ganzer Holzschutz. Komm, das Schiedeco, schnell. Hm? Was? Mit Trennzweck. Ich will hier irgendwie so sagen, ich soll irgendwas hauen. Hahaha. Mit Trennzweck. Rein im Waldschaden. Ich kaufe, äh, bau dir eine Slingshot und, äh, hol dir ein paar Steine, oder? Und hau dir kaputt. Man könnte es hier oben, das nur austauschen, vielleicht. Wenn wir das auch sehen, dann... Warte mal, ich muss. Andi, gehst zurück zum, äh, zu Base? Ja. Dann... Pack mal die Nackoberries in den, äh, in den Stampfer und mach da mal Nackotix draus. Ob sie noch machen können, wo ist denn der? Liegen im Dino drin. Das ist einfach. Fünfzehn ist der Schrank. Ja, ja. Ein Fünfzehn. Gut, du bist da noch ein bisschen weit von weg. Ey, die hast du Waffen in meinem... In meinem Crafting-Bahn. Kannst du die Narkotik-Bahn machen? Ja. Okay, dann. Bin gleich da. Dann bin ich noch mit Narkotix-Craften. Ja, ich hab hier sechs schon fertig. Wo soll man denn das... Was... Du gehst denn jetzt in den Schrank rein? Ähm, der Schrank ist immer so alles... Alles, 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 was wir haben. Genau. Bis dass wir mehr bauen können und, äh, den Platz ist so viel. Genau. Der nächste, der Level 15 hat, muss den Schrank machen, weil dann können wir den hier hinstellen. Dann schreiben wir hier Schränke nebeneinander hin. Und dann machen wir die wieder so. Dann machen wir da Holz rein und Steine rein und dann sind alle unsere Baumaterialien da drin. Und die kleinen Kisten, gut, die sind dann ja bald eh weg. Aber die machen wir dann... Oh, ey. Äh, Leute. Hm? Ich brauch dir nicht ganz viel Narkotiks. Warum? Ja, weil er sonst... Nein, äh, Trank Arrow. Was? Der, der, der Giftpfeil. Ja, Tranquilizer Arrows. Genau. Okay. Dann dir die sechs Dinger, die acht Dinger. Und ein Narkotik. Oh, wow. Oh, wow. Die sind schon viele, die sind 28, Peile bräuchlich, 28, Narkotiks. Hä? Das dauert natürlich ein bisschen, ne? Ja. Muss ich zusehen, dass jeder Pfeil trifft. Oder wir fahren ganz viele Bären. Ja, jeder Pfeil trifft, ist die einfache Variante. Und ich hab die Bären rein. Oder wir haben irgendwann mal eine Farm, wo ganz viele Narkotik werden abspringen. Na ja, bin ja schon dabei. Ich weiß nicht, wer man hier rein tun. Ähm, die bohren auf dem Land der Mekühe. Ja, das hast du 39 hier drin. Da in dein Vieh. Kann man weibliche Linus melken? Warte mal, ah ne. Das wär's noch. Warte mal, an die, da mit denen. Kann ich den hier nochmal reinschmeißen. Ah, hab ich nix, das sind Narkotik und Kohl. Ähm. Wollte nochmal Pflanzkisten machen. Pflanzkisten. Ah, so bist de genau vor mir zerfallen. Du bist ja ein Heldenart, ey. Hä? Bist genau vor mir der Drop zerfallen. So. Verrimnd dich. Verrimnd dich. So. Ähm. Ja, ich fahr wieder mit. Jetzt auch. Ich habe auch. Ich hatte wieder aus einer fucking Table mit dem Kino. Und äh, meine Fackel zerfällt. Cool. Wir müssen echt warten mit, mit äh... Andi, fahr mal nicht so nah an unserem... Sehr gut. Oh, kacke, ich sitze so fennig. Ja, und jetzt mal vorwärts. Cool, ihr kommt gleich den nächsten Arsch runter. Sehr gut. Ob ich mal da nicht schnell runterkomme? Ah! Ja. Oh, Holz. Ah. Also, Holzer. Da bin ich auch schon fleißig dabei. Hm, natürlich noch ein paar Farben. Und so weiter. Und dann, äh, der restliche Scheiß da oben raus. Besser und dann sind wir eins so weit durch. Gut. Natürlich irgendwann noch die Zahl, aber bis dahin ist es noch... Super, super, super. Super, super, super. Da dauert noch ein bisschen. Ja. Wenn ich das mit dem Dinosaurier, äh... den Bären hole... Ja. Ist das dann bei den Dinosauriern oder bei mir? Ja, das ist bei den Dinosauriern. Schatz, passt nur auf, dass dieser Blitz vom Dinosauriern... Ich laufe normal, ich... Nein, nein, nicht nur normal laufen, sondern auch wenn du damit abfarmst, geht der Blitz auch besser. Dass du da mal kurz stehen bleibst, dass er sich wieder auffüllt. Machst du Päuschen zwischendurch? Ja, ich laufe ganz langsam. Ich pass schon auf. Okay. Alter, kannst du mal aufhören, über den Kanu zu laufen? Hör mal! Oh, ein grünes Ego. Nein, der ist wieder! Schöne Tiere. Ja, das ist voll cool. In dem Platz, wo wir sind, da kommt so viel... ...hier zu helfen. Der hat sogar Bruder. Der hat geweiler Rückenplatten. Ja. Und welches Level war der? Oh, er läuft der langsam. 24. Ja, du... Na ja, damit cruised man ja auch nur so durch die Gegend. Na ja, damit cruised man ja auch nur so durch die Gegend. Toll. Und was finden Sie jetzt mal ein bisschen schneller? Den, den, ähm, Marco, der ist schneller. Das ist ein Remsauer, ja. Ja. Ja, Raptor kommt in nichts. Genau. Ja, mach erstmal alles, erstmal alles in Ruhe, dass wir einfach ein paar Sachen haben. Also, Raptoren werdet ihr alle bekommen, ja? So viel sei euch gesagt. Oh! Ich kann sogar einen Raum umhauen. Ich werde jedem einen Raptor besuchen. Sehr schön. Ja. Den dürft ihr auch jeder selber benennen. Ähm. Da war nur ein Frau Mumia-Sattel drinne, das war's. Na toll. Okay. Schweine-Sattel. Das war toll. Nächst mal eine Schweine-Armee aufmachen. Okay, ähm, links von der Basis fangen so langsam an, die Bäume wieder nachzuwachsen. Da mal am besten nicht farmen. Ja, ich hab die oben extra alle weggekloppt, die waren eben nämlich schon wieder da. Ja. Nur jetzt mal eben so aus verschiedenen Gründen. Ja. Links von der Basis, wenn du in Richtung Wasser guckst oder wenn du langs inwärts guckst? Wenn du auf die Basis guckst, links davon. Wenn du quasi vor der Tür stehst, vor Eingangstür, alles was links quasi ist, den Berg runter da, Richtung diesen Felsplateau, da nicht farmen, weil da wächst alles grad nach wieder. Ah, ich bin grad auf der anderen Wasserseite. Das heißt, wenn wir in Richtung Wasser gucken. Ja. Sehr schön. Das bleibt jetzt so und das ist jetzt so verschiedenes halber genorm. Genorm, genau. So, dann müssen wir was essen. Oh, voll lang noch. Jetzt ist hier schon wieder düster. Geben wir ja unser Farm. So, wir brauchen das. Wir brauchen das. Wenn man die Dinosaurier auf das hier rumwandern schaltet, wie weit wandern die denn weg von der Farm? Oder von, von. Mach ich mal testen. Einziger ist weiter weg. Kann ja nicht, der kann ja nicht weglaufen. So, mal ne Planted Box bauen. Wollen wir mal ein Shirt erstmal, damit wir hier nicht so aussehen wie die Hottentotten. Die Hottentotten. Wusste das auskommen? Kennst ja bestimmt auch die Hempels unterm Sofa, oder? Jo, klar. Wusste das aussehen. Die Hottentotten. Die Hottentotten. Das ist bei mir immer auch. Kann ich das jetzt irgendwie sehen? Hier für der Dino. Oder das Schlappchen. B oder F. Wo E. Oh, ok. Ganz gelernt. Da kommt nichts ab runter. Da hat massig drin. Cool. Ähm. Was war das denn? Was war das denn? Ich hab 87 Narkosebären. Ich glaub, ich wander mal ganz langsam nach Hause. Ja, solltest du mal tun. Wenn wir die mal... Aber mit meinen kann ich nicht so gut fahren. Ne, deiner ist nur zum schnellen Liefern gedacht. So, was machen wir denn sonst noch? Äh, Stinberries, Tintoberries. Blau, Forest, Blau. Oh, Forest, Blau. Oh, Forest, Blau. Insel, gib Gas. Stubrakete, meinst du? Ich komm hier heute oder doch erst morgen. Cool, ich komm genau an, wenn der Airdrop unten ist. Sehr gut, sehr gut. So muss es sein. War getimed. So, ich kümmere mich mal noch um ein paar weitere Farmen. Farmen der Teile. Ah, jetzt wird's dunkel. Ja. Oh, da ist einiges drin. Leck mich fett. Nein, danke. Danke, wir sind... Wir haben alles schon gegessen. Ich kann nach oben auf dem Dino das Tiefackel anmachen, oder? Wieder was, wieder eben? Bis zur Basis. Kann ich auf dem Dino die Fackel anmachen? Ja. Ja, klar. Ja, aber die Fackel. Ja, ne, das ist ein Dino wehtur. Ne, ne, nein. Du kannst mit der Fackel nicht schlagen, während du um Dino sitzt. Wie meinst du dir die Fackel an? Mit drei, aber ich will dir auf die Fackel gehen. Wenn ich auf dem Dino sitzt. Ja, mach's einfach, wie du deine Waffen auch auswählst. Alter. Ach so. Weil ich bin voll überladen gerade. Ja, wir brauchen alle mal noch ein paar. Oh mir, das ist übrigens hier eine Nähe von unserem letzten Spornpunkt, ne? Echt? Ja, also wo wir auf den vorigen... Ja. Ja. Ich glaube auch mal, wie viele... Aber guck mal hier wegen, ähm, wie viele Airdrops hier runterkommen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Hm. Da oben ist auch wieder ein grüner, aber da kommen wir nicht ran. Das war der, den ich ja auch haben wollte. Oh nein, wir sind viel weiter dort, ne? Wie ich vor grad sagen, waren wir nicht viel weiter oben im Norden? Ne, gar nicht. Bei unserem Haus oben auf dem Stein ist wieder ein grüner. Ja, da kommen wir nicht ran, der ist quasi auf dem Plateau. Das war ja der, mit dem ich festgepackt war. Ähm, wie kann ich dann das Vieh abstellen? Komm her? Ah, hier wieder. Hast du die Karte offen? Äh, ne, ich kann grad ehrlich gesagt nicht. Ich bin vorwärts schlecht zu Hause, bin grad voll überladen. Ja, sag mal Bescheid, wenn du Zeit hast. Wir sehen aber doch auch nicht, wo wir denn hier sind. So, wie kann ich absteigen mit E? Ich kann dir genau sagen, wo wir sind. Ja. Oben im Westen, oder? Ja. Ja. Ja.